Schaffig, freundlich, zielführend. Hand in Hand, wie ein Zahnrad. Suchet immer, wer der Kollege. Im Bauhof in Blaustein. Wir machen den Film hier, um uns zu präsentieren. Dass möglichst viele Leute zu uns auf den Bauhof kommen. Man freut sich auf die Arbeit und auch auf die Kollegen. Im Endeffekt ist es meine große Familie. Es ist komplett digitalisiert. Und die Flexibilität ist hier sehr gut. Die Stadt Blaustein als Arbeitgeber ist gigantisch. Wie man es auch am Fuhrpark sieht, wir haben jede Maschine, die wir brauchen. Weil wir wollen unsere Stadt auch. Also die Möglichkeiten hier zum Weiterentwickler sind sehr gut gegeben. LKW-Führerschein. Es wird uns immer Fortbildungen oder Weiterbildungen angeboten, die dann auch fachspezifisch sind. Komm einfach vorbei. Schau das an, überzeuge dich. Und wir freuen uns riesig auf neue Kolleginnen und Kollegen. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Kommt zu uns. Vielen Dank.